Das Oberflächenintegral zweiter Art erkennst du ganz einfach daran, dass das Differenzial DO jetzt ein Vektor ist. Ich schreibe da immer so einen Vektorpfeil drüber, manche schreiben das DO aber auch einfach nur fettgedruckt, um das anzudeuten. Du kannst ein Oberflächenintegral zweiter Art aber auch manchmal an der Aufgabenstellung erkennen. Manchmal wird nämlich gefragt, berechne den Fluss des Vektorfeldes V durch die Fläche F. Und dabei ist es egal, ob es sich um einen elektrischen Fluss, einen magnetischen Fluss oder einen Energiefluss geht. Okay, immer wenn du so einen Fluss berechnen sollst, dann denk zuerst an das Oberflächenintegral zweiter Art, denn das nennt man auch manchmal Flussintegral. Gut, aber besprechen wir gleich. Zuerst einmal schauen wir uns an, was genau ist denn der Zusammenhang von so einem Oberflächenintegral zweiter Art und dem Oberflächenintegral erster Art. Dann zeige ich dir die Transformationsformel und was sie bedeutet und natürlich noch ein paar ziemlich coole Anwendungsbeispiele. Also los geht's. Das erste, was du dir merken kannst, ist, dass das vektorielle Oberflächenelement per Definition gleich dem skalaren Oberflächenelement ist mal dem normalen Einheitsvektor. Also dem Vektor, der in jedem Punkt senkrecht zu unserer Fläche F steht und dadurch, dass wir durch die Länge des Vektors teilen, eben noch die Länge 1 hat. Die Variablen des normalen Vektors sind genau dieselben, die du für die Parametrisierung der Fläche benutzt. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du möchtest die Fläche F mit kathesischen Koordinaten, mit x und y darstellen, na dann kommt in dem normalen Vektor eben auch x und y drin vor. Und dieses Differenzial hier enthält dx und dy. Wenn du jetzt sagst, mit Polarkoordinaten lässt sich diese Fläche F wesentlich besser darstellen, also mit r und phi, na dann kommen r und phi auch in deinem normalen Vektor vor und natürlich auch die Differenziale dr und d phi. Ich nenne es jetzt aber im Allgemeinen u und v, denn ich möchte dir ja nicht vorschreiben, mit welchen Koordinaten du deine Fläche am besten parametrisierst. Das musst du immer von Aufgabe zu Aufgabe unterscheiden. Im nächsten Schritt ersetzen wir unser skalares Oberflächenelement und zwar genau durch die Definition, die wir uns auch schon in dem Video zum Oberflächenintegral erster Art angeschaut haben. Weißt du noch, wir haben gesagt, dass dieses DO hier gerade der Flächeninhalt von so einem unendlich kleinen Parallelogramm ist an unserer möglicherweise gekrümmten Fläche F. Und genau deshalb haben wir hergeleitet, dass DO das gleiche ist wie Betrag von n mal die u mal die v. Aber schaust dir gerne nochmal an, wenn es dich interessiert. Im letzten Schritt machen wir was ganz Einfaches. Wir kürzen einfach nur Malbetrag n, Durchbetrag n. Die kannst du einfach beide rauslassen. Und das, was überbleibt, das ist gerade die Transformationsformel, die du benutzt, um Oberflächenintegrale zweiter Art auszurechnen. Am besten prägst du dir gleich ein. Diese beiden Schritte dazwischen, also diese Herleitung, die brauchst du zwar zum Rechnen nicht, die sind aber ganz praktisch, wenn du es mal mit Anwendungsaufgaben zu tun hast. Zu guter Letzt noch eine kleine Eselsbrücke. Und zwar, wenn du ein Oberflächenintegral erster Art zu berechnen hast, dann kommt dir irgendwo so ein DO drinne vor. Und da haben wir gesagt, ist per Definition Betrag von n mal die u mal die v. Und wenn du jetzt so ein vektorielles Oberflächenelement hast, dann sagt die Transformationsformel gerade, dass wir einfach nur den normalen Vektor nehmen, ohne Betrag, mal die u mal die v. Genau. Und ja, die Eselsbrücke ist, dass du, egal ob erster oder zweiter Art, egal ob skalar oder vektoriell, immer normalen Vektor mal die u mal die v rechnest. Klar, wenn jetzt DO ein Skalar ist, dann musst du aus dem normalen Vektor auch ein Skalar machen. In dem Fall machen wir es durch den Betrag. Und wenn das DO ein Vektor ist, naja, dann bleibt eben der normalen Vektor auch ein Vektor. Übrigens ist es ganz intuitiv, dass Oberflächenintegrale zweiter Art auch manchmal Flussintegrale genannt werden. Wir malen uns das Ganze auch gleich mal auf und begründen das mit der Formel, die hier steht. Damit du es dir aber besser vorstellen kannst, zeige ich es dir erstmal an dieser kleinen Fläche hier. Die könnte sich jetzt irgendwie gekrümmt durch den Raum schlängeln, sie könnte aber auch ganz einfach nur eben sein. In jedem Fall ist sie aber unendlich dünn, denn ansonsten hätten wir ja keine Fläche, sondern ein Volumen. Stell dir mal vor, dass sich diese perfekt durchlässige Fläche hier jetzt in diesem Vektorfeld V befindet. Zum Beispiel einem konstanten Wasserstrom, der von links nach rechts jetzt durchs Bild fließt. Und vernachlässigen wir mal alle anderen Kräfte, wie zum Beispiel die Gravitation, denn es soll jetzt wirklich nur um dieses Vektorfeld V, nur um diese Flussrichtung von links nach rechts gehen. Also stellen wir uns vor, dass diese ebene Fläche hier parallel zum Vektorfeld verläuft. Das bedeutet, dass dieser konstante Wasserstrom an der Oberfläche entlang gleiten würde. Aber in keinem einzigen Punkt der Fläche würde das Wasser hindurch fließen. Wie gesagt, wirklich nur entlang der Oberfläche. Anders würde das aber aussehen, wenn die Fläche ein klein wenig geneigt ist. Dann würde natürlich Wasser hindurch fließen. Und vielleicht kannst du dir auch schon vorstellen, je steiler der Winkel, also je mehr die Fläche senkrecht zum Vektorfeld steht, desto mehr Volumen an Wasser würde pro Zeiteinheit durch die Fläche hindurch fließen. Und genau das steht hier in dieser Formel. Wir mahlen es uns einfach mal auf, damit du es dir noch besser vorstellen kannst. Zuerst einmal haben wir gesagt, das vektorielle Oberflächenelement ist gleich das skalare Oberflächenelement mal dem normierten normalen Vektor. Das ist erstmal nur eine Definition. Dann haben wir uns in dem Video zum Oberflächenintegral erster Art angeschaut, dass dieses DO hier, also dieses skalare Oberflächenelement, gerade der Flächeninhalt dieses Parallelogramms ist. Außerdem wissen wir, dass der normalen Vektor ja immer senkrecht auf so einer Fläche steht. Das heißt, der steht hier im rechten Winkel drauf und wir wissen, weil er ja durch seine eigene Länge geteilt wird, dass dieser Vektor hier gerade die Länge 1 hat. Zu guter Letzt haben wir noch so ein Vektorfeld V. Stellen wir das einfach mal kurz dar durch so einen Vektor, der einfach schief durch diese Fläche hindurch schießt. Und jetzt wird es interessant, denn wir haben uns mal in einem anderen Video zu einem anderen Thema, zur Vektorrechnung, haben wir uns die orthogonale Projektion angeschaut. Da haben wir gesagt, wenn wir einen Vektor mit einem normierten Vektor skalar multiplizieren, dann kommt als Ergebnis die Länge der Orthogonalprojektion von diesem Vektor auf den normierten Vektor bei raus. Gut, das kann man sich jetzt etwas schlecht vorstellen, deswegen malen wir es nochmal kurz an. Also dieses Skalarprodukt liefert uns eine Länge. Und zwar, wenn wir V orthogonal auf diesen normierten Vektor drauf projizieren. Und genau diese Höhe hier kommt bei raus, wenn wir dieses Skalarprodukt berechnen. Das heißt, hier haben wir eine Höhe und hier multiplizieren wir eine Fläche. Höhe mal Fläche, das ist gerade ein Volumen. Also genau das Volumen, das pro Zeiteinheit durch die Fläche hindurch fließt. Und dann haben wir uns gerade an diesem Stück Papier überlegt, wenn der Winkel zwischen dem Vektor V und dem Vektor N, wenn der kleiner wird, dann fließt mehr Volumen hindurch. Das kannst du dir auch ganz einfach hier darstellen. Wenn du diesen Vektor etwas steiler malen würdest, dann würde die Orthogonalprojektion ja weiter oben liegen. Und damit hättest du eine größere Höhe. Eine größere Höhe mal derselben Fläche liefert natürlich ein größeres Volumen. Jetzt ist nur noch die Frage, wie interpretiert man denn dieses Volumen? Und das kommt immer auf die Anwendungsaufgabe an. Ursprünglich war zum Beispiel mal V ein Geschwindigkeitsfeld. Und wenn man eine Geschwindigkeit jetzt projiziert, naja, dann behält es die Einheit zum Beispiel Meter pro Sekunde. Ja, als Beispiel. Und wenn wir diese Höhe, also diese Geschwindigkeit, jetzt mit der Fläche, beispielsweise Meter Quadrat multiplizieren, naja, dann würde sowas rauskommen wie Kubikmeter pro Sekunde. Also tatsächlich, Geschwindigkeit mal Fläche ist gleich ein Volumen pro Zeit. Genau das Volumen, das pro Zeiteinheit durch diese Fläche hindurch fließt. Daher auch der Name Flussintegral. Es gibt aber auch noch unglaublich viele andere Anwendungsmöglichkeiten. Zum Beispiel, wenn du in der Elektrodynamik bist und dein V der Pointingvektor ist. Also der Vektor, der die Dichte und die Richtung des Energietransportes eines elektromagnetischen Feldes angibt. Dann hast du hier nämlich die Energieflussdichte mal Fläche. Und das ist gerade Energie pro Zeit, also eine Leistung. Das heißt, in jeder physikalischen Einheit, wo mit einer Fläche multipliziert wird, kannst du jetzt mit Oberflächenintegralen arbeiten. Du könntest sogar die resultierende Kraft ausrechnen einer Wassermasse, die auf einen Staudamm drückt. Denn Kraft ist gleich Druck mal Fläche. Du musst nur aufpassen, weil der Druck ist jetzt kein Vektorfeld, sondern der Druck ist eine skalare Größe. Und wiederum, die Kraft, die resultiert, ist kein Skalar, sondern ein Vektor. Am besten schauen wir uns mal genau dieses Beispiel in den nächsten Aufgaben noch zusammen an. Hiermit hast du auf jeden Fall alle Informationen zusammen, um jedes Oberflächenintegral ganz einfach ausrechnen zu können. Und du wirst sogar eigene Oberflächenintegrale definieren können. Viel Spaß damit! OREFB DEN